Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen, ich bin's AceCave und ich darf euch begrüßen hier zu einer neuen Folge von Minecraft und ja mittlerweile sind wir an Folge 15 oder bei Folge 15 oder an, ja doch an Folge, ne, wir sind mittlerweile bei Folge 15 angekommen und ja, was eigentlich ganz cool ist und ja, und ich hab das Weizen grad versaut, aber das macht doch nichts, denn ich werde das übrige Weizen jetzt hier klauen, das andere anpflanzen und dann werde ich, denke ich mal, eigentlich wollte ich die Folge nach Heinrich, äh zu Heinrich, aber ich möchte erst das Haus hier zu Ende bekommen und ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, machen wir das Haus und wenn's eventuell geht, schon anfangen mit dem, mit dem Weizenfeld, beziehungsweise, oder Scheune geht auch für die Tierchen, so, wo hab ich denn jetzt die Schere? da, da, so, die, 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 dann geht's mal... wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn So Gute Frage Egal, wir gehen einfach in den Wald und hacken Holz Ich glaube eher, wir hätten zwei Äxte mitnehmen sollen Egal, jetzt Spielt jetzt auch keine Rolle So Ich bin noch ein bisschen, äh, noch nicht im Elan Minecraft zu spielen Doch im Elan schon Aber Noch ein bisschen kaputt und müde Bin gerade aus der Schule gekommen Äh, zu der Zeit jetzt Es ist jetzt zwölf Uhr Die Folge kommt um zwölf Also bin ich hier Morgen So Schwupps Äh, Bäume werden wir später auch anpflanzen wieder Das steht auf jeden Fall fest, weil wir brauchen ja irgendwie neues Holz, ne? Und ja Ich sollte den Mod Timber Mod reinhauen und mir ein Strandhaus bauen Strandhaus, ähm, mach ich gerne Hab ich auch Lust drauf Allerdings erst später Allerdings erst später Und was zu dem Mod Hab ich leider noch nicht drin Wie ihr sehen könnt Und hab ich auch leider, äh, noch nicht geschaut Ob es den überhaupt schon gibt Für die 1.7 Und, äh, ja Ich werde es schnellstmöglich machen Beziehungsweise mir raussuchen Äh, wenn ich es nicht finde Oder wenn ich nicht dran denke Schreibt mir einfach Per PN oder Per Skype oder Als Kommentar Wenn es nicht als Spam Aktiviert ist Oder als Spam Angezeigt wird Äh, schreibt mir einfach den Link da rein Ähm Ja Ansonsten per PN Ist ganz gut So, das war's dann auch wieder Das war ja klar So Die restlichen Blätter hauen wir jetzt grad mal ab hier Weil die brauche ich Haben wir einen Apfel Das ist sehr schade Das braucht mich Ah, lalalala Jetzt hab ich wahrscheinlich auch andere Blätter Ja, war ja klar Egal So, von den Blättern her Glaube ich, reicht es Aber nichts So Da hinten lag auch noch ein Apfel Lächtig Klauen wir die Blätter hier auch nochmal kurz So Das hier auch Gut, das geht jetzt hier nicht weg Dann machen wir das So So, das hätten wir dann auch Da ist wieder ein Apfel Sehr schön Hier auch Und irgendwas höre ich hier So, das hätten wir Dann gehen wir jetzt mal schnell doch schlafen So Monster hab ich nicht gesehen Passt Alles supi Alles supi Tim und struppi Hier haben wir auch noch einen Holz Haben wir auch noch Holz Nee 48 wird nicht reichen, Kinder Ja, wäre klar, dass wir hier kein Holz haben Äh, kein Stein Äh Nee So Dann machen wir das jetzt auch noch kurz Um es schnell hinter uns zu bekommen Dam, dam, dam Na, na, na Hoppala Aua Du wagst es So Feierabend Der schießt mich Ui, 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 ui Oh, oh Gar nicht gut Na, komm runter So Den hätten wir auch Okay Gut zu wissen Da müssen wir dann irgendwie noch was vormachen Dat, 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 dat So Jetzt geht's mal weiter hier Äh Wie viel brauchen wir denn Also ein Stack bestimmt Ich weiß es nicht Ähm Machen wir mal ein Stack und ein halbes Würde ich jetzt mal so sorgen Weil ich weiß generell gerade nicht wie viel Wir brauchen Also Machen wir das einfach So Ähm Ja Bisschen wieder langweilig Oh Da hinten stolziert schon wieder ein Creepermann Creepermann So Das hätten wir jetzt auch Gucken wir mal noch kurz nach Äpfeln hier Die Saplings können wir immer gut gebrauchen Und ich höre ein Skelett Ach da perfekt Na komm Zack Einmal geschert Und Wo ist denn jetzt die Hütte hier? Ich find's ja nicht Wo ist sie denn? Hallo? Hä? Hat da Na ihr habt einen kleinen Ausschnitt gesehen Wir gehen da jetzt nicht hin Sonst halten wir uns nur auf Wir gehen jetzt mal zurück Und machen da unser Haus zu Ende Aber Timber Mod ist eine gute Idee Weil dann halte ich Ich halte euch Ich halte hier nur die Zeit davon ab Also ich verbrauche echt viel Zeit Mit dem Holzhacken Und dadurch geht die Zeit drauf Ich will's aber auch nicht offscreen machen Weil dann Es ist Ja Scheiße Wisst ihr, ne? Siehst du doch Siehst du doch So, wir fangen da mal an So Oder reicht doch ein Stack? Ich glaub ein Stack hätte sogar gereicht Egal Obwohl, ne Ein Stack hätte nicht gereicht Oder? Ne, ich meine nicht Na gut, fast Ist egal So, jetzt Ups, da war ein Fehl Den hab ich doch wohl gesehen Aber die sind nicht schön grün Aber Das macht Ups Das macht gar nichts Es sieht trotzdem schick aus Ob ich das jetzt 2 hoch mache Das ist wieder eine andere Frage Hm Mal gucken Wie das aussieht Ne, da geht aber auch Ganz schön viel Von der Sichtweite drauf Aus dem Fenster Ist nicht cool Na gut Na gut So, das hätten wir Ein Gartentor Zauntor dann eben Äh Ne, wollte ich eigentlich gar nicht So 2 Passt Uh Ich dachte grad Hä Da passt doch was nicht Jetzt bin ich mal kurz am überlegen Mach ich das da Oder Nur mal zum testen Zum gucken Oder mach ich's da Ne, da find ich datier Da schöner Machen wir's da Ne, jetzt hab ich's ja wieder falsch gemacht Ach Mensch Das ist aber auch eine Wo hab ich denn jetzt das Ach, hier So Passt Jetzt können wir das Auch schon mal aushöhlen Ähm Was hier reinkommt Weiß ich noch nicht Entweder Komplett so Gras Also Jetzt im richtigen Garten Oder Keys Wo man dann rumläuft Rumläuft Das weiß ich noch nicht Obwohl dann Könnte ich ja theoretisch Eigentlich den Dreck lassen Dann lassen wir den erstmal da Und Dann machen wir das später Mit Knochen Die ich jetzt habe Machen wir da Moment Wie ging denn das Ich glaub Zwei Knochen behalte ich So Und dann Probieren wir das mal gerade aus Aber das geht nur bei Rasen Also müssen wir Hier anfangen So Was ist dat denn jetzt Achso Jaja So 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 Und hier geht nicht Ne Ne Da müssen wir hier erst warten Aber das sieht doch Gar nicht mal so schlecht aus Jetzt haben wir wenigstens mal ein richtiges Haus Mit dem Garten Also es ist auf jeden Fall Nicht so schlecht Und hier kann man ein bisschen Rüberhüpfen Das gefällt mir Jans und Janisch Was können wir da denn machen Ich habe eine Idee Die werde ich auch durchsetzen Dafür müsste ich aber in die Neta Oder Neta Wie auch immer Aber Ich habe hier doch Irgendwo Normale Steine Die habe ich doch gemacht Oder nicht Ja da So das mache ich doch jetzt schon mal Das mache ich dann Diese Folge noch Kurz So Jetzt haben wir davon 18 Eigentlich hatte ich Vor hier sowas zu machen Aber ob das von außen aussieht Ist eine andere Frage Obwohl das geht Aber Ähm Dient Der Verschönerung Ähm Was können wir noch machen Ja ich würde einfach sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Ace Cave und Minecraft Äh Ich bedanke mich wie immer Fürs Zuschauen Und ja Dann bis zum nächsten Mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.